Jo, Hallöchen Leute, hier zu Witch Racers trifft Topia. Wir begeben uns vielleicht mal direkt in den Store, um unser Gratis-Karten-Set abzuholen. Das ist super. Dann kriegen wir wieder ein paar Booster, Reparatursets und zwei Verhangen. So, dann sind wir wieder bei 330 Reparatursets. Das ist sehr gut. Was sagt denn die Zeitherausforderung? Oh, Belohnung für Zeitherausforderung. Aha. Okay. Rang 1 benötigte Zeit 1,37. Rang 2, 2 Minuten. Rang 3, 4 Minuten. So, gut. Rang 3 ist der Wolfseig-GT. Den haben wir schon. Rang 2 und Rang 1. Na dann versuchen wir es doch mal. Mit unserem Gambling-GS Stufe 8. Gucken, ob wir den noch Stufe 9 kriegen, aber ich denke mal schon. Das wird schon. Denn wir sind auf Sekarna gettern. Los geht's. Schön start. Wollen die Gegner. Dann ist es ja eine Zeitherausforderung. Oh, nicht so dolle. Abkürzung. Können wir für uns nutzen. Und bin mal gespannt, dass wir eine Zeit fahren. Oh, schön. Die Booster nutzen. Ja, sauber. Super. Okay. Ey, das läuft ja hervorragend. Können wir... Oh, Alter. Eine Spitzenzeit werden. Die Strecke fährt sich auch super. Noch? Da ist eine Abkürzung. Ah, ah, ah. Wow. Nein. Nein. Okay. Wir haben ja zum Glück Reparatursets bekommen. Und haben wir wieder ein bisschen gesammelt. Aber das war gerade echt spitze. Na ja, dann... Auf einen neuen Versuch. Kann man die Kamera an sich nicht ändern. Aber gut. Ich glaube, so vor euch am besten. Ach, das ist jetzt plötzlich genau. HS-Core. Wahrende euch. Wunderbar. Ah. Wir müssen uns schon alles mitnehmen. Nein, 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 nein. Okay, das habe ich jetzt diesmal nicht mitbekommen. Jetzt kommt wieder auch kein Boost mitbekommen. Das kommt echt drauf an, wie man auch fährt. So, schaffen wir den Megasprung. Schaffen wir auch nicht. Ah, sind wir schon ein Stückchen schlechter. Zwei Kürze, hier sehe ich mich die Spitze. Oh, hallo. Oh. Okay. Genau wieder auf der selbe Stelle. Also ich muss durch diese Abkürzung. Sonst endet das fort fatal. Okay. Bereit und go. Ist doch zu schaffen. Muss zu schaffen sein. So, ganz einfach. So. Haben wir die Kurve auch gemeistert. Mehr oder weniger. Nimm erstmal die Baustelle als Abkürzung. Ich glaube, das ist jetzt wirklich eine Baustelle. Auf jeden Fall. Frühzeitig einlenken. Oh. Booster nutzen. Booster nutzen. Wow. Er schaut ab. Wow. Haha. Okay. Hier sind wir auch schon mal weitergekommen. Hey. Okay. 1,20 haben wir jetzt. Der erste Rang läuft gleich ab. Distanzbestimmungsziel ist noch ein Stückchen. Oh. Ist schneller hier. Oh. Okay. Das war nicht so gut. Oh. Na. Na. Ich bin zu früh. Naja. Okay. Rang 1 haben wir schon mal vergessen. Rang 2 ist bei zwei Minuten. Hm. Gut. Den hätte man schaffen können. Wenn Herr Dommi mal fahren könnte. So. Rang 3 schaffen auf jeden Fall. Sack. Okay. Naja. Kriegt man Wolfs GTI. Auch nicht verkehrt. Mal unsere erste Belohnung in einer Zeitherausforderung. Besten ist in Rang 26. Okay. Ist akzeptabel. Belohnung ansehen. Habe ich den jetzt bekommen? Hm. Geistaktivität. Immer noch nichts. Ähm. Bestenliste. Reparatur tauschen. Ähm. Okay. Hier. Den haben wir. Wolfs GTI nicht im Besitz. Okay. Gut. Hier haben wir alle mehr ein paar Mal. Hm. 26 Wagen haben wir. So. Der Wolfs GTI hat mehr Beschleunigung. Aber weniger Spitzentempo. Und der Rest ist auch schlecht. Ich wollte sowieso erstmal meinen Gaming GS hochzüchten. Bis Stufe 9 oder höher. Deswegen nehmen wir den erstmal wieder. Ach. Die blöde Nase ist zu. So. The Intination. Versuchen wir uns noch Zeit zu verbessern. Denn da hängen wir immer noch bei Rang über 4000 ab. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Und da hängen wir noch mal. So geht's auch. Schön. Schöne Scheiß Mitfahrer. Echt voll sportlich. Voll fair. Mann. Und da hängen wir noch bei Rang aufs Maul. Gehören zur Lücke. Wenn sie wollen. So. Hier wird die erste Runde weghängen. Und dann fahren wir mal raus. So. Weg. Weg. Wir haben schon mal ein paar Autos ausgeschaltet. Boah. Alter. Oh. Um ranzukommen. Auch mal um ranzukommen. Tempo weiter aufbauen Mann ey Gut, ich bin zwar dritter Äh, vierter Oh, weghauen Boah, alter Das war ne Kurven Das sieht super aus Ah, erst dann werden wir zwar nicht ganz Oh nein, Monika Oh Gott, war nicht schnell Hab ich mich verbessert? Ey, neue persönliche Bestzeit, ey Können nur ein paar Hundertstel, Zehntel Irgend so was sein Naja gut, haben uns Um 275 Plätze verbessert Und gewöhnlicher Bestenliste haben wir uns um 305 verbessert Ist doch schon mal innerhin Was? Und hey Stufe 9 erreicht Jawohl Äh, ich hab mir noch gar nicht so überlegt Auf was ich das mache Aber ich denke mal auf Beschleunigung Boost Power oder Beschleunigung Ich denke mal auf, na gut, Beschleunigung Spitzentempo Hm, ich mach mal Beschleunigung So, oh, stimmt Hier sind wir an der Stufe aufgestiegen Das heißt, Rennherausforderungen So, wir haben ja einige zur Auswahl So, nimm den, 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 den Und noch einen etwas schnelleren Wolfs GT Ei Sind dieselben Hardfoods GX Ist mit mehr Spitzentempo und weniger Beschleunigung Oh Der Ashburn 72 Das ist am besten Ne, den will ich haben